Was mich total ankotzt, sind Leute, die auf die Kirmes gehen und angeblich kein Geld dabei haben. Ist klar, in Norwegen ist Vatertag. Und gestern war ein Afrika Muttertag übrigens. Pass auf, kommt ein Typ zu mir und sagt, ey, machst einen super Job. Ich so, Dankeschön. Kannst du meiner Tochter eine Giraffe machen und meinem Sohn bitte ein Krokodil? Ich so, kein Problem. Bei zwei Kindern gibt es bei mir Ausländerrabatt. Echt? Ich so, klar. Das ist krass, Ausländerrabatt. Ich so, ja, bei zwei Kindern, ich meine, ist alles teuer genug. Ich Ausländer, du Deutsch. Ja, nicht ganz. Meine Eltern kommen aus Vorpommern und meine Frau ist dann irgendwo zweite Generation Spanierin. Ich sag, ja, so genau wollte ich es jetzt gerade nicht wissen. Aber okay. Dann mache ich dann die Ballons. Pass auf. Dann sagt er, danke. Was sagt man zum Klauen? Dankeschön. Dann bringt er deinen Kindern noch Höflichkeit bei. Pass auf. Und verabschiedet sich. Und ich so, Entschuldigung. Ja. Wollten Sie mich nicht bezahlen? Wie? Äh, äh. Kostet das Geld? Ich so, jetzt geht's aber los. Ich hab dir doch gerade gesagt, du kriegst ein Ausländerrabatt, Mann. Hier steht doch ganz fett zwei drauf. Und zwei in zwei macht vier. Aber jetzt zahlst du das Doppelte. Ganz mutwillig zieht er sein Portemonnaie. Dann sag ich, okay, vier. Nee, ich zahl doch vier Euro, wie es da steht, sagt er. Aber dann weht er noch unfreundlich. Sag ich, ja, dann hat sich der Garantiefall jetzt auch gerade erledigt. Ist wahr. Dann krieg ich die vier. Ne, zack, gibt es einen Euro zurück. Aber gibt ja einen Fünfer. Dann sag ich mal, mit einem Klon und weil ich so ein bisschen ausländisch aussehe, mit dem kann man es treiben. Hey, fuck you. Es sind so viele Väter unterwegs, die auch ihre Kinder überhaupt nicht in Kontrolle haben. Sorry, will ich dazu sagen, aber ist leider so. Jetzt weiß ich auch, warum die Bildung, warum es so schlechte Lehrer gibt in Deutschland. Ja, weil von irgendeinem Ursprung müssen die ja sein. Von irgendeinem Depp müssen die ja gezeugt worden sein. Ja, und für mich haben die Lehrer von Deutschland echt nichts drauf. Für mich verblödet Deutschland noch. Die arme Generation Deutschland. Es wird bald keinen Deutschen mehr geben, genauso wie es in Berlin kein Berliner mehr gibt. Die produzieren auch keine Kinder mehr. Ja, wie denn auch? Ja, nur am Saufen und am Kiffen mal. Die armen Kinder, du. Die kommen schon stony zur Welt. Ja, da ist ein neues Viagra-Baby geboren worden vor, was weiß ich, drei Tagen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen in der Presse, in der Bild-Zeitung stand es wieder. Das Baby konnte nach 15 Minuten stehen. Viagra. Ja, und in Berlin, Neukölln, da ist auch ein neues Baby geboren worden. Das war noch 15 Minuten schon stony. Weil der Vater mit einer Bong abends ins Bett geht. Ja. Ja.